Alle! Je-eh-eh, einer geht noch! Je-eh-eh-eh-eh-ha! Je-eh-eh, einer geht noch! Einen wunderschönen guten Spätvormittag hier in Celle! Seid ihr noch da?! Ja! Alter, wo sind die Ladies?! Es sind wieder keine Frauen hier! Wo sind die Männer?! I-eh-eh-eh! Und wo sind die Berufsalkoholiker?! I-eh-eh-eh! Da hab ich wieder mehr Frauen gehört! Aber das Wichtigste zum Schluss, wo sind denn die dicken Titten für Icke? I-eh-eh-eh! Olé, olé, olé! Ticke Ticke Kartoffelsalos! Habe ich lieber! Olé, olé, olé! Ticke Ticke Kartoffelsalos! Hier kommt aus Tradition heraus Ticke Ticke Kartoffelsalos! Alter, schöne! Schöne Grüße! Olé, olé, olé! Ticke Ticke Kartoffelsalos! Mit dem Arsch in der Sonne und Verbüchse in der Hand Nimm einmal auf den Kopf, liegen wir am Strand Doch was liegt dahinten? Wir sehen einen Ball Auch in den Wahlkampf, scheißegal Der Ball hustet laut, was kommt da denn raus? Es ist die fette Schwester von Klaus und Klaus Auf die Frage, warum er sie gefressen hat Sagt den Ticke Ticke Kartoffelsalos! Ticke Ticke Kartoffelsalos! Die Kürzüten, die Kürzüten, die Kürzüten, die Kürzüten kann vor dem Sommer Die Kürzüten, 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 die Kürzüten